Hallo liebe Fußballfreunde, Thema 1. FC Kaiserslautern 3. Liga 2020-2021, 5. Spieltag Bayern München U23 gegen Kaiserslautern Ergebnis 0 zu 0 Startelf Bayern München U23 Hofmann, Weidener, Sinkabel, Lavikinke, Gundwitz, Lukewitz, Stiler, Thiago, Dantas, Kran 3, Q, C, Q, E, 8 Startelf Kaiserslautern Spahitsch Schad Kraus Das war's von Bayern München U23 gegen Kaiserslautern 18 Uhr 30 Spahitsch 10 Uhr 30 Kaiserslautern 31 44 42